Hallo, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute, am 4. März, hat die Regierung beschlossen, dass ab dem 7. März die Einreise auf Bali ohne Quarantäne und mit dem VOA-Visum wieder möglich ist. Ja, wir alle haben sehr, sehr lange gewartet und gehofft, seit Mitte März 2020, also fast genau seit zwei Jahren, weil Bali ja geschlossen wird, den Tourismus. Jetzt hat man wieder freie Hotelauswahl, muss aber bei der Einreise zweimal geimpft sein. Nach Ankunft gibt es dann am Flughafen den ersten PCR-Test für ca. 16 Euro. Und am dritten Tag muss man dann nochmal PCR-Test im Hotel machen. Wir gehen jetzt wieder in kleinen Schritten in die hoffentlich bessere Zukunft Balis. Meine balinesischen Freunde und ich sind sehr glücklich und hoffen, dass ihr Bali bald Besuchung kommt. Wir freuen uns wirklich sehr auf euch. Das war das kurze Update von heute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Bitte weiter liken, wenn es interessant war. Und über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und jetzt kommt noch das Wetter von heute, aktuell.